Marlon Devinisch ist ein britischer Sprinter und Staffel-Olympiasieger. Bei großen internationalen Meisterschaften hat er bislang sieben Medaillen für Großbritannien und drei Medaillen für England gewonnen. Seinen ersten großen Erfolg erreichte Marlon Devinisch 1995 als er Junioren-Europameister im 100-Meter-Lauf und im 200-Meter-Lauf wurde. Er gewann Gold bei den Commonwealth Games 1998 mit der englischen 4-pro-100-Meter-Staffel in der Besetzung Devane Chambers, Marlon Devinisch, Julian Golding und Darren Campbell. Bei den Weltmeisterschaften 1999 gewann er Silber mit der britischen Staffel in der Besetzung Jason Gardner, Campbell, Devinisch und Chambers. Im Jahr darauf schied Devinisch mit der britischen Staffel im Vorlauf bei den Olympischen Spielen aus. Bei den Commonwealth Games 2002 gewann Devinisch Silber über 200 Meter und erneut Gold mit der englischen Staffel, die in der Besetzung Gardner, Devinisch, Ellen Konten und Campbell antrat. 14 Tage später gewann er die Bronze-Medaille über 200 Meter bei den Europameisterschaften 2002 in München. Die britische Staffel in der Besetzung Christian Malcolm, Campbell, Devinisch und Chambers gewann das Staffelfinale. Diese Medaille wurde der Staffel aber im Nachhinein aberkannt, weil Devane Chambers wegen Doping rückwirkend gesperrt wurde. Die Sperre für Chambers umfasste den Zeitraum 2002 und 2003, sodass der britischen Staffel auch die Silbermedaille bei der WM 2003 aberkannt wurde. Gelaufen war die Staffel in der gleichen Besetzung wie in München 2002. Zu Beginn des Jahres 2003 hatte Devinisch seinen größten Erfolg ohne Staffelerrung, als er bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham den Titel im 200-Meter-Lauf gewonnen hatte. Seinen größten Erfolg mit der Staffel erreichte er bei den Olympischen Spielen 2004, als die britische Staffel in der Besetzung Gardner, Campbell, Devinisch und Mark-Louis-Francis mit einer hundertstel Sekunde Vorsprung auf die USA Gold gewann. 2005 bei der WM in Helsinki gewann die britische Staffel Brosse mit Gardner, Devinisch, Malcolm und Louis-Francis. 2006 bei den Europameisterschaften in Göteborg wiederholte Devinisch seinen dritten Platz von 2002 über 200 Meter. Die Staffel gewann Gold in der Besetzung Chambers, Campbell, Devinisch und Louis-Francis. Bei der WM 2007 in Osaka wurde er Sechster über 100 Meter und gewann Bronze mit der Staffel. Marlon Devinisch hat bei einer Größe von 1,80 Meter ein Wettkampfgewicht von 72 Kilogramm. Bestzeiten 100 Meter 106 10. Juli 2007 Lausanne 200 Meter 20,19 ist 29. Juli 2002 Manchester 21. Juli 40 24.つ 25. 28. 29.